Okay, wir haben hier ein Bosna und den Valentin und eine Packung Milch. Dieser Bosna hat in Schärfegrad Todesstrafe. Kommt davon jeden von uns 5 Euro, also 20 Euro. Ey, nicht so viel ausschütten, sonst ist das vom Boden. Ist nicht scharf. Noch nicht. Ich glaube, es kommt gleich. Ja. Im Mund, im Mund lassen, im Mund, im Mund, im Mund, im Mund, im Mund, im Mund. Schärfe ist kein Geschmack. Das heißt, du sagst, dass du es im Mund lassen. Ich nehme mal sicher, wenn ich abschütze. Das hält man nicht aus. So schlecht. Deine Zunge wird noch so anschwellen wie beim Laurens. Einen Bisschen. Und ich, Laurens. Okay, warte, er macht jetzt ein Bisschen. Das sind 10 Euro, wenn du es auf isst, von jedem. Von jedem. Das sind 10 Euro. Aber hey, das wird aufgegessen. Das habe ich umsonst gezahlt hier. Oh, jetzt geht's wieder. Oha, oha, Mann. Mann. Oh, ist krart. Ich glaube, das weiß ich noch nicht wissen. Ich glaube nicht. Wer wird das schlecht? Ich bin seine Bisschen. Werfen wir es irgendwo hin und tun. Echt? Ja, wir müssen es auflösen. Exzessives Wichse bringen. Hat er Spaß? Das hätte ich sehen. Hat er Schwereglauben? Nein. Ich glaube, das hätte ich schon noch weiteres gewonnen. Aber ich hätte das wollen. Das ist jetzt nicht die Zeit lang zu hören. Ich kann nicht mehr Euro sein. Nein, Leute. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Nein... Nein. Ich bin nicht alleine gegessen. Schau, du glaubst nicht. Dann krieg ich jetzt das Essen und was wir da merken. Wenn ich nicht sterben würde. Schau, du glaubst nicht. Ich steig bei dir in die Tür. Nein! Ich dachte, das ist ein Blödsinn. 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 Na klar. Der letzte. Applaudieren wir mal alle. Das ist ein Blödsinn. 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 Die Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Das war's.